obwohl wir das fremde totem nicht gefunden haben war es doch eine ich habe gerade von der von gerade irgendwas mit er bei uns mitgespielt hat oder so das war der mitspieler der kille hatte hinten er stehen ich habe ignoriert hallo und herzlich willkommen zu wwgc wir sind wieder bei dead by daylight hier mit dem virus hallo und wie immer glänzt crazy mit abwesenheit könnte aber auch daran liegen dass wir vier folge am stück aufnehmen also ja weil das so ist weil wir das so können tun wir das wollen das aber das spiel drin und dann noch mein spiel rein zu gehen und sagen ich bin unten im keller im killer schenk die wohnen wir sollen erstmal einkaufen der blockbuster habe ich hier ich habe einen blockbuster hier er schaut in den schränken nach er schaut in den schränken nach er hat wohl irgendwas gehört dass einer an der kiste war jetzt hat er den schrank oben nachgeschaut wir machen mal generator der ist immer noch hier im killer schenk so und übrigens habe ich vorher eine grüne toolbox aus der kiste blockbuster ist weg nee der ist bei uns der kommt in unsere richtung schon wieder ein killer schenk und wir haben ruinen tausend punkte für mich danke ich habe ihn abgehängt nein du hast ihn zu mir gebracht danke vielen vielen dank nein ich bin dafür warte wie kommst du denn da hoch der ist auf dem rollball ja runter und dann zu mir hoch ey what happened dieses spiel ist total für'n arsch das ist total wenn ich jetzt in frieden bin würde ich gesagt bitte einmal klicken dann ist er mal der geht zum killer schenk zurück die sind alle weit weg danke ey ich versuch mal ganz aus um zu dir zu kommen der ist oben am meldrescher der hat da jetzt nachgeguckt der geht jetzt rechts in der richtung der im generator sitzt jetzt jemand der im generator sitzt da ist er auch schon kann man so komisch schön und her läuft da ich mich direkt kack 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 erinnert mich irgendwie an masker kack 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 Aber würdest du mir damit sagen, dass, äh... Der weiß, dass ich ihm entgegenlaufe! Was ist das, ich hasse das Spiel, Alter? Fick doch die Bratmus in dein Hirn, ey! Du, Hickack! Was, ein Hickack? Der Vermagen runter, auch gut! Kannst du dich jetzt mal hier aus der Nähe verpissen? Ich sitze in der Ecke und warte! Ja, nicht so lange! Ein bisschen immer ein bisschen bewegen, weil sonst irgendwoher zu krähen! Was an Heiligenscheidung fragt! Ey, superflatter Werbung! Ja, da geh jetzt, du Generator! Weil wir beide Splint bewerst! Superfly! Ey, wir brauchen mal langsam mal so drei Generatoren am Stück! Ja, ich mein' gleich fertig! Ach, 3 Prozent! Es kann sein, dass er Barbecue und Chili drin hat, deswegen sind wir entgegengerannt! Dann bin wir mit der Clotterine hier unterwegs! Nächster Generator dran im Weisfeld! Richtig zum Killer-Check! Noch kein Herz, der Buster? Noch kein Killer zu sehen? Ja, ich hab noch Herz, der Buster! Oh! Snoopy-Lidoing müsste tot sein, weil wir an Snooping vorhin und dann schon versuchen, in den Verwagen runterzukommen! Meinst du das? Oder musst du schon kämpfen? Nee, doch nicht! Okay, I have me hereby! Heißt, der kommt jetzt zu uns, Stefan, du musst versuchen den runterzuholen, weil wir näher das haben! Ja, der kommt in meine Richtung! Okay, okay! Oh, der ist hier bei mir! Ich geh den! Der kommt wieder zurück! Der geht in die Killer-Check rein, nach oben! Oh, da, runter! Kommt wieder runter! Ich bin auf meinem... Ja, ja, ich weiß, du hast mich gesehen! Ich bin halt doof! 40%! Hier hätten ist noch ein Generator angefangen, ne? Vielleicht muss ich jetzt erst mal... Der ist auf jeden Fall nicht mir hinterher! Warum auch immer! Ja! Beim Maisfeld ist es beim Ausgang beim Generator! Nee, beim Hügel, bei dem Haus! Wir kommen direkt... Ja, im Maisfeld direkt, ne? Nein! Direkt beim Ausgang! Bei dem Haus! Bei dem Doppelstöckigen hier! Bei dem Hochhaus hier! Da, wo der Generator anging! Auf der gleichen Seite! Ja, der Ausgang! Na ja, ich weiß! Alles klar! Ich sehe die schon laufen! Kommt zu mir! Hier bringt der Killer mit! Achtung! Nein, er läuft mir hinterher! Nein, er geht zum Generator! Er geht zum Generator! Er geht zum Generator! Er geht zum Generator! Diese Dumme los, Alter! Oh! Er hat mich nicht gesehen! Jetzt hat er mich gesehen! Ja! Ist klar! Ja, Junge! Läufen würde ich sagen! Absoluten Fantastikum! Richtig Astroins Team-Mate! So, ich bin bei dem anderen Ausgang jetzt! Ich bin natürlich auch nicht geheilt! Das heißt, ich werde sofort loslaufen! Murphy, komm hier rüber! Alles bitte, wenn du den Marsch hast! Ausgang! Ausgang! Ich habe doch jemanden hier! Ich weiß nicht, wer das ist! Killer ist auch hier! Kick-Ack! Kick-Ack! Halt mich gerade! Im Kick-Ack! Ich habe einen Higa, ey! 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 Da, da, da! Ich liebe dich nicht, du! Wir sind nicht zu machen! Dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä bist du nicht, perfekt, Mango und deswegen! wieso ja es ist ein große diese uhrzeit nur mit 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 etwas zu ach komm ich nehme mal an da diese komischen 1 und 2 da aber ja zu bauen die kack hängt am haken oder darf ich noch drin du siehst doch da hinten rumlaufenden killer einfach so jetzt vom haken runter zu kommen weil er kämmt wahrscheinlich dass er sich jetzt noch sterben ja dann geht zum ausgang warte mal ja der killer ist noch da der geht links weg von ihm naja dann läuft er im kreis und er lässt denn da er schaut in deine richtung wo ist denn nichts aus denn hier ja genau da in diese richtung oder aus der läuft jetzt rechts lang wie ein luft der patrouille von daher er läuft jetzt da wo du jetzt bist aus weg das heißt wenn du glück hast jetzt animation dürfte jetzt schneller gehen da kannst du sogar noch die luke kriegen das müssen gewesen aber das war das brennt und tote macht das ding auf jetzt mensch katastrophal geil ja er ist mal luke und brennt und tote mal da guck dir die nerf an er glänzt mit points ich würde sagen wir sehen dass die nächste spiel also bis klar tschau mit v tschau mit v tschau mit v tschau mit v tschau mit nix an